Frieren, das ist die beste Form des klimaneutralen Heizspass beiseite. Natürlich nutzt man möglichst klimaneutrale Brennstoffe. Also klimaneutrale Brennstoffe sind natürlich Holz, wobei es wäre besser als nur klimaneutral zu heizen, wäre natürlich überhaupt kein CO2 freizusetzen. Das erreicht man nicht, wenn man Holz verbrennt. Also gut wäre zu heizen mit erneuerbarem Strom, das wäre immer gut. Dann wäre eine von erneuerbaren Energien angetriebene Wärmepumpe gut. Wärmepumpe hat im Prinzip umgekehrt wie einen Kühlschrank. Damit kann man prima zu Hause heizen. Oder Geothermie. Das kann man auch nutzen zur Heizung. Ist allerdings nicht überall in Deutschland nutzbar. Dann gibt es die Fernwärmenetze, die angeschlossen sind an Kraftwerke und das alles zusammen sollte eine klimaneutrale Heizung in Zukunft möglich machen.